Hi, wir sind Deborah und Max und reisen zusammen mit unseren zwei Kindern und zwei Hunden in diesem 6 Meter großen Kastenwagen. In wenigen Tagen brechen wir gemeinsam auf einen Roadtrip nach Georgien auf. Für unseren ca. 10.000 Kilometer langen Trip haben wir die letzten Vorbereitungen getroffen. Wir haben auf die Schnelle noch ein Wassersystem verbaut, das es uns ermöglicht, Wasser direkt aus dem Hahn zu trinken. Und einen abgefahrenen Heiratsantrag habe ich bei dem Einbau auch noch bekommen. Da wir reisen ohne Campingplätze anzufahren, sind wir mit unserem Van für ein völlig autarkes Leben im Camper bestens ausgestattet. Kleidung haben wir ebenfalls eingepackt für uns und unsere zwei Kinder und achten darauf, nicht zu viel einzupacken. Da wir Kaffee lieben und besonderen Wert auf guten Kaffee legen, haben wir aus den besten Röstereien Kölns eine große Auswahl zusammengestellt und unser eigenes kleines Kaffeelager angelegt. Die Reisepässe dürfen für unseren Trip natürlich auch nicht fehlen. Wir werden euch hautnah auf unseren Roadtrip mitnehmen und wenn du das nicht verpassen willst, dann klick jetzt auf Abonnieren.